Herzlich Willkommen zum Let's Play The Walking Dead Season 2, heute mit Stimme. Ich lasse jetzt den letzten Schluss wieder rein, ein Stückchen und starte dann den Timer ab dem Feuer. Sie vermisst Lee, dann die Zeichnung, ich stelle mich jetzt ein bisschen lauter und auf Stereo. Dann das Feuerzeug, das wir gleich zum Anzünden des Feuers brauchen. So, jetzt gehen wir zur Feuerstelle. So. So. Und ab jetzt startet der Timer. Ich habe jetzt die Untertitel auch eingestellt, damit ihr ein bisschen auch mitkommt. Das brennt nicht. Aber das brennt schon. Ich kenne mich mit dem Inventar leider nicht aus, ich muss kurz in die Einstellung gehen. Kontrolls. T. Ich glaube T ist es. T. 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 schon mal wie zum game das will ich nicht machen ja dann lassen wir das halt mal mit dem inventar ich habe schon holz gefunden aber wie bekomme ich das daraus so ich muss noch mal stören ich kapiere es jetzt nicht rennen mehr kann ich da nicht machen mit t passiert nichts so geht das ja 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 ich glaube jetzt die ich bin ich kapiert das nicht so ich kann zwar switchen aber so ist pause das wollen wir aber nicht also geht das das machen ich versuche jetzt der will zu reden aber es ist nicht leicht oh nein was passiert da gar nicht gut leise sein Ich kann sie einfach nicht lassen. Okay, renn um dein Leben. Jetzt haben wir ein Save-Point. Wer ist die in die Hand nehmen? Ich muss das jetzt irgendwie wieder schaffen. Ähm... Das hab ich nicht geschafft. Oh nein, nein, nein! Wo, nein! Das wollt ich gar nicht. Ich bin aus dem Spiel rausgegangen. Ja, yes, 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 yes! Weg, weg, weg! Nein, 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 nein... Ah, ich weiß, wie ich das... Stock! Ja, das ist gut. Aber jetzt... Oh, 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 oh. Ja, genau. Guck, 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 guck. Ich darf nicht übersteuern. Ich darf nicht übersteuern. Ich darf nicht übersteuern. Ach, du heilige Schesse. Ah, f**k! Jesus, are you f**king kidding me? Ah, das gibt's doch nicht. Ken, Ken, ja, ja, genau. Ja, 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 ja. Go, 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 go. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh, shit. Ja, wow. Oh, nein, 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 das ist nicht gut, das ist nicht gut. Guck, 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 guck. Weg, 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 weg. Ach du heilige. Wow, 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 wow. Auf wen denn, auf wen denn, auf wen? Der Fluss wird's richten. Ich hoffe, du kommst gut an. Schauen wir mal, wo wir weiter hinkommen. Ich hab ne Errungenschaft freigeschaltet. Wir sind an einem Fluss gestrandet. Wir sind jetzt völlig alleine. Wir müssen überleben. Hallo? Ein Kanu. Kids. Okay. So etwas. was sie hier scheint doch weiter zu gehen aber da kommt sie nicht nach oben oder doch dann rauf mit dir ich glaube nicht dass krista hier ist denn halt schauen wir uns das noch an wurzeln ich bin dann nicht so ein toter vielleicht finden wir da ja was aber das glaube ich nicht nur eine tafel oh gott ja dann gehen wir einfach den weg entlang und ziehen was uns weiter führt ich hoffe die lautstärke die passt ich exakt mit mikrofon aber am popschutz habe ich noch nicht also wir gehen durch den wald ängstlich wird dann mal schön weiter gehen was steht hier ein warnschild gegen tiere schätze ich mal okay ähm ja ich werde jetzt bis zum nächsten save point let's play weil mir das spiel spiel ist zwar traurig aber schauen wir einfach zu wo sollen wir hingehen das ist hier die frage oh nein rennen war oh ich weiß gar nicht wo rennen war ach so geht man schneller ich werde zangen geben ein hund es okay es okay okay schickst pitt okay ich glaube wir sollten dem folgen mhm ja jetzt haben wir einen save point erreicht zwei minuten sind es halt noch ich würde jetzt sagen wir schauen uns das jetzt noch ein wenig an wenn ich dann die freie option habe beenden wir diesen part wir haben hunger und ich weiß das schon ein bisschen am anfang so ein bisschen mit dem hund wie es geschieht aber das verrate ich noch nicht denn ich habe im lp gesehen aber nur bis zum hund und dann mehr nicht so dann beende ich jetzt diese folge ja sage ich bis zum nächsten mal im part der wird vielleicht morgen kommen also ciao und ciao doggy bis zum nächsten Mal 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 bis zum nächsten Mal